So, wir bauen dann noch einen zweiten Sammler oder bauen wir eine zweite Refinerie? Wir bauen einen zweiten Sammler. Wir bauen jetzt schon den Bau hoch auf. Und hier ist der Schreiderturm. Hat nichts mit Schreidder aus Zertels zu tun. So. Das ist der Knoten. Jetzt können wir in dem Kreis drei Türme bauen. So, jetzt sehen wir auch gleich die Fackel der Erleuchtung. Zumindest diese so in Teil 1. Was für ein epischer Name das ist. Bauen Sie einen Laserturm. Jetzt werden wir nach und nach in die Verteidigungsanlagen eingeführt. Da sind sie. Flammenpanzer eignen sich für den Häuserkampf. Bauen Sie in der Waffenfabrik weitere Panzer. Ich zeige euch gleich mal. Mit denen kann man auch nämlich... Mit denen kann man auch schön Gebäude grillen. Ich weiß jetzt, wie ihr das jetzt seht. Da, Achtung. Also Panzer können wir noch nicht bauen. Okay. Was brauchen wir dafür mit Kommandozentralen? Bauen wir mal eben kurz... ...die Lasertürme auf. So, jetzt seht ihr mal, wie die Dinger hier wirken. Und wenn wir alles reparieren wollen, klicken wir einfach hinten auf den Knoten. Und der repariert dann alles. Natürlich sind die Dinger besser gegen... ...fürchtet die Flammen. Wir werden warm. Gegen Soldaten und die anderen sind besser gegen... ...Fahrzeuge. Ach, komm, brauchen wir noch eins. Wie kommen wir in den Knoten? Da brauchen wir mal nach. Äh, und ein paar Noten. Ich glaube, das ist ganz eingebracht. Nein, komm, die Panzer macht jetzt zu. So, fackel da mal. Noten muss es bereit. So, den bauen wir wieder auf. So, und dann die Kommandozentrale. Ein Tarnfeld. Gut, Tarnfeld sagt schon der Name, was das bewirkt. So, jetzt machen wir erstmal ein paar Flammenpanzer. Und fackeln wir hier ein bisschen was ab. Äh, und wir rufen. Neues Monos-Ziel. Erobern Sie den U-Bahnhof, betrachten. Erobern Sie den U-Bahnhof. Wow. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Feurige Zerstörung. Ja, hier sieht man auch die rote blinkende Zahl, wie viel Strom mir fehlt. Jetzt produzier ich jetzt mal neuen Strom. Ja, und diese Gebäude, die bauen sich automatisch wieder neu auf, solange der Kern nicht zerstört ist. Also, wenn man die Nordabwehr vernichten will, muss man den Kern, muss man die jeweiligen Knoten vernichten. So. Wir werden sieben. So. Feurige Zerstörung. Dann fackeln wir mal hier ein bisschen was ab. Fackelt sie alle ab. Wir brennen. Das Feuer ist mit uns. Es ist alles bereit. Dann brechen wir auf. Ich singe das Leuchten. Schürt die Tanks ab. So. Das Feuer ist geheimlich. Opfer zieht in Flammen. Wir werden sieben. Wir brennen. Ja, das geht ziemlich schnell mit dem Flammenpanzer, die Soldaten ausgestattet. Fühlt euch euren Fickdahl. Seht euch die Flammen an. Dann brechen wir auf. Reingendet. So, da rüber. Wir brennen. So, den schicken wir jetzt zurück in die Waffenfabrik. Sie das benötigt. Gut. Wir wollen hier kein Geld verlieren. Ausbildung. Brennt alles nieder. Bau abgeschlossen. So, was ist das? Reingendet. Und hier. Ja, ja. Ja. Ah. Bau. Feurige Zerstörung. Ja. Bau abgeschlossen. Kurze Pause. So, und weiter geht's. Unser Stützpunkt wird angegelt. Was? Feurige Zerstörung. Reparatur läuft. Aha. Ist der Ingenieur schon fertig? Saboteur. Kann ich irgendwie helfen? Und währendverson fertig. Ich höre. Und ein Aufklärungswaki. Machen wir uns an die Arbeit. Feindliche Einheiten in Sicht. Gehen wir auf die Ere. Spams, Spams, Spams. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ich kann uns stoppen. Vertrauen Sie mir. Tja. Upgrade abgeschlossen. Das könnten wir brauchen. Such eine gute Position. So, und dann machen wir noch das andere Upgrade dazu. Können wir hier irgendwelche Upgrades kaufen? Nein. So, Flammenpanzer. Wir brennen. Brennt alles nicht. Oh, also das Gebäude. So, wir obern den U-Bahnhof. Gebäude besetzt. Bonusziel erreicht. Einheit wird angegriffen. Okay. Testen wir mal, ob das das klappt, was ich vermute. Upgrade abgeschlossen. Sehr schön. Ja, das sieht man hier, was dann Upgrades hat. Wenn du Tiberiumfusion hast, dann kleint das hier oben. Und wenn man den Bekenner hat, sind so Lämpchen vorne dran. Die Drehung zu tun. Vorwärts. Äh, 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 äh. Das geht ja mal gar nicht hier, Kollege. Ja, das hört ihr immer, wenn ihr durch Tiberium durchgeht. Die Macht der Hitze. Einheit wird angegriffen. Schnecke. Tja. Flammen sind hungrig. Sie werden uns fürchten. Feindliche Einheiten in Sicht. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Neues Dinosziel. Verfolgt sie. So. Schnell. Oh. Äh, da kommen sie. Die Schwingen von Mott. Ähm. Dann kommt noch mal da hoch. Los, los. Ah, ja, das ist ja. Wann sind. Reinigende Flammen. Pum. Shadowkane wird hoch erfreut sein, dass wir das Tiberium verbreiten. Leise. Lautlos. Auf. Lautlos. Feindliche Basis in Sicht. Hier geht's lang. Lass keinen entkommen. Ja, das bringt so jetzt nichts. Vorsicht. Der Weg ist frei. Sie sind schwach. Hallo. Sprengen. In Bereitschaft. Unterwegs. Lande da mal. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ja, hier wächst das Tiberium jetzt völlig hin. Die Schwingen von Mott. Silos benötigen. Ich sehe das Leuchtt. Ah, noch ein Silo benötigt. Gut. Dann bauen wir jetzt einfach meißenhaftig davon und davon. Ach, ne. Ich baue noch den neuen Waffenverband. Das ist doch nicht praktisch. Äh, ja. Einheit befördert. Äh, ja. Einheit wird angegriffen. Abgebrochen. Voll seht euch die Flammen an. Unterstütz uns. Schauen wir länger durch. Der Hitzel. Kollege Eckstern. Vorwärts. Kesselt die Eis. Ventile öffnen. Ja, es ist soweit. Feurige Zerstörung. So, jetzt fahren wir zurück. Willst du dich mal reparieren? Fürchtet die Flammen. Seht euch die Flammen. So, zurück. Ups, nein. Da. Feurige Zerstörung. Wir werden... So. Dann zurück. Alle Mann zurück. Alle Mann zurück. Wird erledigt.